Hallo und herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Ja, im letzten Part haben wir den Auftrag gekriegt, dass wir jetzt die Rettungsmission für Gaara machen sollen Wir sollen ins Flussreich, oder war das glaube ich Flussreich, ja Und ja, das machen wir jetzt einfach mal und wir folgen einfach dem Pfeil Wir haben auch jemand Neues dabei, sie rennt auch ganz eifrig schon hinter uns her Oma Chiyo Alter, die ist die schnellste, sogar schnell wie Kakashi, guckt euch das mal an So, wir müssen hier glaube ich rein So Ich habe ja gefragt, ob ich das Laufen alles wegschneiden soll, ich weiß nicht, ob ich es machen soll Irgendwie will ich es schon machen, aber irgendwie auch nett, weil man da immer schön reden kann und so Fuck, jetzt laufe ich für sie zurück Mann, Spooky Style Kann man einfach ein bisschen schön reden und so, aber mal gucken, vielleicht werde ich es noch machen Vielleicht aber auch nicht Erstmal einsammeln, Klebharz dreimal, Rabe, weg da Sonst rufe ich Galileo an Sojabohnen habe ich gefunden Also meine Mutter hat mir damals beigebracht, man soll niemals was vom Boden aufheben Naruto hebt einfach mal alles auf, was man nur auf dem Boden finden kann Da würde ich wahrscheinlich so einen angebissenen Kaugen mich sogar irgendwie aufheben, keine Ahnung Naruto eben So, sind wir jetzt bald da Ich möchte ins Flussreich jetzt, aber ganz schnell Ich möchte nur auf die Sauer-Lotten Mall Ich möchte nur auf die Sauer-Lotten Mall ...Hitachi! Es ist sehr久, Kakashi-san, Naruto-kun. Oh Gott, das ist nicht nur ich. Ich werde mich verletzen! Ich werde bald mit dir kommen, Naruto-kun. Ich werde mich nicht verletzen, Naruto-kun. Ich werde mich nicht verletzen, aber ich werde mich nicht verletzen. Du bist der Anruf. Ich werde mich nicht verletzen, aber ich möchte mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Entschuldigung! Sollte man ja auch haben, denn sein Gen-Youtou ist wirklich einsame Spitze. Also das ist wirklich Hardcore sein Gen-Youtou. Und da braucht Kakashi glaube ich schon Hilfe. Naja, wir werden sehen was passiert. Leider ist das kein Boss-Fight. Ich finde die hätten viel mehr Boss-Fights in das Spiel packen sollen. Lass mich in Ruhe. So, beide... Oh. Willst du jetzt Spam, Kakashi? Wirklich? Äh, Hitachi? Woah, jetzt packt er mich auch noch. So, jetzt reicht's halt wirklich. Kakashi-Style 2.0, Alter. Jetzt geht's ab. Und... Zack, Alter. Bei dir bleibt nicht mehr viel übrig. Loil, ich habe ihn trotzdem noch erwischt, obwohl er sich in den Rahmen verwandelt hat. Mann, Naruto-Bomb. Oh, Mann. Hier, Papierbombe. Nein, explodiert Papierbombe, komm. So, und tschüss. Ich werde ihn besiegen mit meiner Ulti-Youtou. Das verspreche ich euch. So, kann er das eigentlich aufladen? Ja. Nee, das geht noch nicht. Das kann erster Pain. Kleiner Spoiler. Mann, jetzt bleibt noch mal stehen. Hau nicht immer ab. So. Das bringt nicht so viel. Zack. Und erwischt. Jetzt lade ich mal schnell meine Energie auf. Was macht der? Warum macht der das nicht? Loil. Ich wollte nicht mal das machen. Ich... Ach so, geht das gar nicht? Nee, es geht nicht. Okay. Ja, manchmal kann man es nicht machen. Ist halt ne doofe Sache. Ich glaub, das Kamui besitze hier noch gar nicht. Ich bin mir am lieb... Doch, das müsste er eigentlich besitzen. Aber ich glaub, hier hat das noch nicht eingesetzt. Das setzt er ja erst bei Dederer das erste Mal ein. Ja, das setzt er bei Dederer ein. Werden wir fliegen. Versucht ihm den Arm wegzusaugen. Sagen sie mal so. Womit er seine, ähm... Betonscheiße da macht. Seine komischen Flögel-Tondinger da. Explosionsdinger. Naja, aber das kommt alles noch. Vielleicht kommt er schon in diesem Park. Vielleicht auch beim nächsten. Das werden wir ja sehen. Ich bin jetzt aber mal leis, weil ich glaub, es kommt ne Cut-Szene jetzt. Du bist hier... Ich bin jetzt noch da. Er hat es keinen Weg. Was er ist jetzt... Ist das? Derjenige, derjenige, war nur ein Zeitverhältnis. Zeitverhältnis? Ja? Bihjūr to wa shu kakuya qyubi to ii ta o o mo ts ma jū no koto o sa su Qyubi? Bihjūr wa baku dai na chakura no katamari de na それ o gunji riou shio u to kakko ku ga ki so te o A jū s-kā paru tako au t Kleine Andeutung, daz stint jetz abut no Tot i s-kā paru takou ki nori ki ne Dabu yra kenorobi Das ist für einen Schmutz. Und das ist für einen Schmutz. Das ist, was eine Schmutzung der Gara. Das ist für einen Schmutzung. Das war's für mich. Ich bin ein ... Das ist doch ... Ich bin ein ... Die Böse ... ... will ... ... die ... ... das ... ... das ... ... ... das ... ... ... Das ist ein Problem, Sakura-chan. Du bist okay. Gara, ich werde dir helfen. Ich bin... Naruto, du! Kaka-Sensei, du kommst bald. Naruto... Sie meinte ja wegen Naruto, dass sie das wahrscheinlich ein bisschen traurig macht. Aber naja... Ich bin... Ich bin... Du bist nicht so ein Kader. Ich bin... Ich bin... Ich habe das Problem mit ihm zu reden. Ich bin... Einmal... Sie sind hier. Ich bin hier. Ich verstehe. Ich beginne mit einem Schwerpunkt. Schwerpunkt. Hauin-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu Hauin-Zu-Zu-Zu-Zu Hauin-Zu-Zu-Zu Hauin-Zu Hauin-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu Hauin-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu- Das ist ein Schuss. Ja, ich sollte das nicht wegnehmen. Wie ist das? Das ist ein Schuss. Was? Es war sehr lang, Kakashi. Nein, nein. Ich habe mich verletzt. Naruto, Sakura! Gut. Es war ein Schuss, oder? Na klar, aber ich werde das nicht wegnehmen. Wie kann ich den Schuss ausführen? Ich habe den Schuss in den Schuss, mit einem Schuss, mit einem Schuss und mit einem Schuss. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass eine Fünf-Siegel-Barriere aus fünf Zeichen besteht. Ich hätte gedacht, die besteht aus sieben Zeichen. Also Reifeleistung, Kakashi. So, wenn ich die Fünf-Siegel-Barriere ausführen sollte, dann wird das alles nicht wegfallen. Entweder sie ausführen. Entschuldigung? Ich habe das. Ich habe das. Die Fünf-Siegel-Barriere ausführen! Das ist der Nachfolger ausführen. Wenn ich die Fünf-Siegel-Barriere ausführen. Ich werde sie sofort entfernen. Oh, ich will. Okay, Gai-Han, mit dem Ful-Power. Wir werden uns von Gai-Han verabschieden. Ich bin der Freude, bis ich auf diesen Ort bin. Ich bin mir vor, weil ich hier noch einmal gekommen bin! Fertig ist es, dass ich mich nicht so lange auf mich verletzen kann. Ich bin mir nicht so lange, dass ich mich nicht so lange auf mich verletzen kann. Kasachio, warum dieser Kind wird von Tasato-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura-Gaura? Er ist auch ein Zinn-Zuh-Lich. Sie haben auch einen Zinn-Zuh-Lich. Sie haben auch einen Zinn-Zuh-Lich. Was? Nein, das ist wirklich nicht so. Ich kann es nicht helfen. Und nach dem Naruto, das Warra-Garten ist... Die beiden... ... Ich habe noch nicht mehr gesagt, dass ich noch nicht mehr so gemacht habe. Nein, ich habe noch nicht mehr gesagt. Wenn ich mich verletzt, dann kann ich wieder zurückkommen. Ich habe noch nicht mehr gesagt, dass ich noch nicht mehr so vereinen. Nyehahaha! Schatz, so gut! Ja, sie kann noch was ausrichten und das ist wirklich, also den Satz muss man sich echt merken. Ich hoffe, dass ich jetzt auch mal wieder spielen darf. Ich hole mir jetzt wirklich kleine Popcorn. alles klar leute so darf ich jetzt endlich ja ich darf cool wie wir die barriere auflösen das sehen wir natürlich erst im nächsten part ich glaube dann habe ich auch ein bisschen mehr zeit zum reden ja wie gesagt dass wir dann im nächsten part die erste barriere ist glaube ich da hinten irgendwo oder dahinten ist am baum der baum darf da ist er und die machen wir auf jeden fall im nächsten part und ja das war's von dem part wenn es euch gefallen gibt mir daumen hoch damit würdet ihr mich mehr unterstützen und dann sehen wir uns auch wieder ich bin euer profi und tschüss